hallo und herzlich willkommen hier ist der thomas von wild gameplay schön dass ihr eingeschaltet habt zu einem kleinen info video und zwar handelt es sich um den live stream am silvester und zwar dieses jahr 31.12.2013 kommt ein live stream von 22 bis 23 uhr und da werden wir spielen zusammen need for speed world ja das werden wir gemeinsam machen im live stream und natürlich wird auch der live stream in full hd gesendet also richtige power qualität need for speed wird gespielt zusammen mit euch mit mir könnt ihr live mitspielen und silvester games gibt es noch also kein euro truck ja nur dann noch silvester games da gucke ich mal im internet so wie ich halt die weihnachtsspiele gemacht habe und das nikolaus spiel im internet so mache ich dann auch die silvester spiele manchmal so kleine lustige spiele und im hintergrund laufen dann so aktuelle musik von diesem jahr und ich hoffe ihr seid mit dabei der link vom live stream ist wie immer unten in der video beschreibung genau und dann findet ihr mich also sei silvester 22 uhr bis dann tschüss bis jetzt Vielen Dank.